so erstmal guten tacho leute was mache ich hier schon wieder für ein blödsinn heute stehe ich hier so blöd in der wildnis rum den scheiß frage ich mich gerade selber irgendwie ich komme auf die dümmsten ideen aber vielleicht erkennt der ein oder andere von euch diesen platz hier war ich schon mal vor ein paar jahren mit meiner z750 und mit meinem ersten märz den ich damals hatte das ist jetzt auch schon locker drei jahre her weiß nicht ob ich da auf dieser treppe gesessen meine zeit fotografiert mein pulli den ich damals das erste mal abgedrucken lassen oder ja solche geschichten und das ist irgendwie neu dass das so zugewachsen ist keine ahnung ich hatte eigentlich voll die coole idee hier euch mein ja mein neues moped vorzustellen was ich extra hier hingeschoben habe und ich habe sogar meine drohne mit zu hause extra den akku gecheckt der war noch angeblich fast drei viertel voll das wollte ich die scheiß drohne gleich gerade starten ist das ding auf einmal ratze der also ich hatte irgendwie voll die geile idee über die maisfelder mit der scheiß drohne drüber und hier über die gleise die da oben sind das halt beim nächsten mal ja dann und da hier die sonne so knallt habe ich da vorne kleine schatten plätzchen gefunden denn ich musste das moped hier hinschieben und irgendwie lässt es sich recht schlecht schieben schon lange nicht mehr bewegt worden und ja dann laufen wir mal hin zu meinem neuen projekt und wenn ich jetzt komme ich drehe jetzt mal die kamera und dann seht ihr das auch das erste mal ein freier wildbahn und auch für euch ist es noch sehr weit weg wir laufen mal hin zu dem eimer so vom weiten sieht die maske jetzt einmal gar nicht so verkehrt aus aber gleich sieht das nicht mehr gut aus das war meine brille abnehmen hier ich bin schon schütze wie ein schwein leute das ist einfach zu warm ja das ist meine zr x 1100 so sie sieht sie jetzt mal aus in voller pracht mit meiner kamera aufgenommen und alles jetzt muss ich ein bisschen schauen denn ich habe diesmal keinen weitwinkel an will so wenig verzerrungen im bild haben wie möglich ja eigentlich so vom weiten sieht sie gar nicht so schlecht aus ich sehe sie jetzt heute auch zum ersten mal so richtig also das was ihr jetzt seht sich quasi auch zum zweiten mal so zu sagen ich habe sie halt abgeholt irgendwas hat mich hier gepickt leck mich am arsch ich bin kein wildnismensch also ich habe sie ja abgeholt bzw sie wurde mir direkt gebracht an dem tag das kurzvideo habt ihr gesehen und ich glaube das habe ich sogar am gleichen tag noch gemacht ich weiß das gar nicht das waren ja einfach nur die paar bilder die ich dann hinzugefügt hat bald halt so kurzfristig für mehr nicht gereicht hat ja das ist jetzt schon das schon drei wochen her und heute haben wir auch wieder freitag genau das ist eigentlich am montag genau drei wochen her und ja so lange habe ich die maschine ich habe sie dann nur zu hause habt ihr vier fünf bilder gemacht die ihr gesehen habt im letzten video bzw im letzten kurzen video wo ich das teil vorgestellt habe ganz ganz kurz jetzt stelle ich es eigentlich richtig vor das war eigentlich nur um euch mal so zu zeigen hallo was hat der score das hat der skorpi die sich da wieder geholt ja kurze geschichte noch mal wie bin ich zu dem bike gekommen für die das andere video noch nicht gesehen haben ein abonnent von mir hat mich angeschrieben der auch hier aus der ecke kommt ja ich glaube das habe ich das könnt ihr euch im kurzvideo anschauen wie das zustande gekommen ist mache jetzt nur mal ebenso so kurzen breakdown wie das war habe ich angeschrieben letztendlich ob ich darauf nicht bock hätte dass die maschine seines vaters gewesen und ja da hat irgendwie weiß ich nicht keinen bock mehr drauf die wieder herrichten zu lasten oder was auch immer und ja für wirklich sehr 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 kleines geld habe ich sie dann direkt abgeholt sozusagen beziehungsweise bin hingefahren habe sie mir angeguckt die sagen mir zwar die steht erst zwei jahre genauso wie es aber aussieht habe ich schon video was schon über zwei jahre alt ist also dir wird auch jetzt nicht viel gefahren worden sein mag sein dass sie vielleicht einmal beim tüv gegangen ist noch notgedrungen aber so wie sie hier steht da gebe ich dir da gebe ich euch brief und siegel ist die nicht gefahren den letzten zwei jahren und auch vor den zwei jahren nicht sowas sieht man einfach aber egal ja soll mich ja nicht aufhalten wenn für die leute die wir schon länger zu gucken ich habe ja auch die vor in 15 aufgebauten jahr zehn jahre gestanden also solange der motor dreht und laufen würde und der rahmen die verzogen ist ist alles machbar so ja dann zeige ich euch mal von der seite ich also ich gucke sie jetzt auch das erste mal an ich habe sie eben das hat halt bei mir eine garage stehen gehabt reingestellt und ja drei wochen nicht angeguckt ja wollte das zusammen mit euch machen sozusagen und geht es auch das erste mal richtig durch jetzt sehe ich auch das erste mal wie viele marken das bike eigentlich hat klar habe ich beim angucken in dem anhänger auch so ein bisschen schon gesehen wie diese ganzen kratzerchen hier die wird mal irgendwo ja schon mal gelegen haben oder schon mal irgendwo gegen gebrettert worden sein das muss jetzt kein unfall gewesen sein der tank hat hier auf jeden fall eine kleine macke auf der anderen seite hat die richtig fette macke hier ordentlich zerkratzt also da wird schon mal ordentlich mal umgekippt worden sein hier sieht man es auch vielleicht hat sie doch mal gelegen ich bin mir nicht ganz sicher kann man schlecht sagen ja man kann es aber hier auch sehen diese ja da wird mal irgendwo die wird mal gerutscht sein ganz kurz die lamelle hier oben zum beispiel ist ein bisschen weg ansonsten sieht das hier halbwegs noch guten schuss aus vielleicht kann man den deckel wieder aufbereiten ich frage mich warum das hier abgekratzt worden ist vielleicht wurde schon mal versucht hier was auszubessern mal gucken ob ich den deckel einfach neu bekommen oder gebraucht in besserem zustand was mir schon mal direkt auffällt dass der motor trocken ist der ist nicht ölfeucht das ist schon mal sehr gut das öl da drin ist schwarz wer weiß wann das letzte mal ein ölwechsel stattgefunden hat also da wird ein sehr 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 großer service fällig sein aber gut so ist dass man sich solche schinken holt für wenige hundert euro also ich glaube also im kaufpreis liegt die ungefähr so wie ich damals die vn 15 gekauft habe und naja gut auspuff ist so eine geschichte hier ja der ist hier natürlich ordentlich in mit leidenschaft gezogen worden das ist auch nicht mehr der originale krümmer weil der originale krümmer hätte drei schraubpunkte für einen zubehör auspuff oder für den originalen das gute ist der ist kurz der krümmer da muss ich mal schauen vielleicht kriege ich auch wirklich einen kurzen auspuff aber das sind alles so schon mal so zukunftsvision aber ich habe mir jetzt in den letzten wochen schon mal so ein bisschen gedanken drüber gemacht und paar bilder geguckt wie so ein ding aussehen kann ich denke mal wir sind uns alle einig dass diese hässlige maske da nicht bleiben wird ich hatte die wildesten ideen ihr wisst ja schon länger ich hatte bock auf ein projektbike eigentlich wollte ich eine alte kz mal umbauen entweder zu einem scrampler oder kaffee racer oder so eine alte kz twin zene japan shopper so richtig krass umbau gut japan shopper fällt da hier schon mal raus wer baut aus der zrx ein shopper ich schon mal nicht dann hatte ich überlegt baue ich die zu einer street fighter um also richtig krass da bin ich aber jetzt schon wieder weg von weil so viele zrx in deutschland gibt es gar nicht und dann mache ich lieber hinten ein bisschen höher machen dieses da kann ich schon mal sagen hier diese dieses original geraffel da gibt das geht alles weg da gibt es ja extra eine verkleidung von drunter damit das clean aussieht ich hoffe das konnte man jetzt auf der kamera aussehen möchte die kamera doch recht hoch gehalten habe was mir hier schon mal gefällt die felgen sind poliert nur die innen grenze sind lackiert oder weiß nicht ich gehe mal davon aus dass sie lackiert sind ich glaube der book spoiler sieht auch noch in einem halbwegs guten zustand er vorne sind auch lack ab also ich hatte erst gedacht dass bis auf dem tank der rest vom lack relativ gut im zustand wäre ist er nicht ist er wirklich nicht was ich sag mal ganz ehrlich klar für das geld glaube ich hätte dass jeder von euch gekauft der ein bisschen handwerklich begabt ist und bock auf so ein projekt hat und das ding auch wieder auf die straße jetzt nur ein theoretisch nur auf die straße bringen ist neuer hinter reifen service sofern der motor läuft heißt service vergaser muss gemacht werden komplett was habe ich denn hier schon wieder für ein bies drin auf meinem kopf ja meine neue frisur wie gefällt sie euch wir sind schon wieder lang gewachsen ja ja also wenn es jetzt nur darum geht die not dürfte ich auf die straße zu bringen wäre es wirklich nur neu hinter reifen neue batterie alles was mit vergaser zu tun hat muss gemacht werden und weil die elektrik funktioniert das habe ich schon mal getestet jetzt die batterie wieder ratzleer ja aber ich will sie ja nicht so fahren schon allein also also weiß nicht das ist sowas von 90er jahre irgendwie auch 90er jahre tuning keine ahnung ich gehe mal davon aus dass das ich bin mir nicht sicher es gibt ja es gibt ja zwei modelle von den zx einmal die mit dieser verkleidung vorne nicht die die jetzt drauf ist sondern diesen mit diesem viereckigen licht und dann gibt es die n version mit dem runden scheinwerfer ich kann jetzt noch gar nicht sagen welche genau das mal gewesen sein könnte ach ja und dann gibt es noch die s version aber die gibt es erst glaube ich ab der 1200 also das fällt hier dann aus die hat dann so eine sport verkleidung sport kannst du vorne drauf federbeine hinten sehen soweit gut aus glaube ich hier könnte man ja erstmal sauber machen mal gucken wie das geht ja alles was mit aluminium zu tun hat ist hier vollkommen oxidiert und im arsch also das sind nicht nur stand schäden sondern sind einfach wie soll ich sagen vom zustand her nicht gepflegt einfach absolut gar nicht gepflegt ja was mir noch mitgegeben wurde hier sieht man jetzt auch die große delle noch einen anderen tank den habe ich mir aber noch gar nicht angeguckt der war auch in diese luftpolster folie eingewickelt vielleicht wenn ich gleich mal den weg da lang geschoben habe ich habe jetzt bestimmt 20 minuten hingebraucht das ist ja auch 30 grad und ich habe nichts besseres vor als dass ich jetzt ja auch zu hause finden können aber irgendwie hatte ich da kein bock drauf musste ich unbedingt hier machen ja ich wollte ja auch eigentlich geile drohnen shots machen aber naja ja ich zeig mal wer das moped genau ein anderer tank ist dabei ich habe nur mal kurz rein geguckt der ist wohl schwarz matt aber laut denen soll der komplett frei von macken sein den könnte man jetzt aber auch wieder richten lassen entweder versuch würde hätte ich selber probiert oder es gibt halt leute die sowas machen können ich glaube so einen kompletten lachsatz einmal lackieren lassen kostet jetzt auch nicht so die um die unmengen an kohle die vorarbeit kann ich ja alles selbst leisten und ja mal schauen aber soweit sind wir ja hier noch gar nicht das ding ist soweit dass ich sie gerade mal schieben kann brauche ich jetzt gar nicht träumen so jetzt gucken wir uns mal die andere seite hier an das auch aluminium ist auch alles oxidiert hier aber gut anlass hat auf jeden fall schon mal gedreht zu der zeit vor drei wochen als ich sie abgeholt habe vergaser ich weiß also der riecht auf das riecht auf jeden fall nach benzin das ding ist auf jeden fall fest doch nicht fest und dann haben wir noch mal auf pre keine ahnung was dazu sagen oben ist reserve pre unten ist normal an genau ich gehe mal davon aus dass ich irgendwo undicht ist weil so stark wie das hier nach benzin riecht oder halt die schwimmer kann man hängen und es läuft dann immer tröpfchenweise durch ich gehe mal davon aus dass halt der ganze motor mit benzin voll gelaufen ist so typisch halt einfach ja aber das ist ja nichts was ich nicht hinkriegen würde kette sieht soweit bis darauf dass sie schmantig ist eigentlich in keinem schlechten zustand aus genauso wie das kettenrad hinten vorne kann man jetzt nicht sehen ist natürlich die verkleidung drauf was ich natürlich cool fand früher schon waren diese bullenaugen die blinker die sind auch eingetragen also ich habe nur kopie der fahrzeugpapiere bekommen die wollte ich haben dieser breite lenker ist eingetragen das heißt den würde ich dann wahrscheinlich einmal schleifen und lackieren ja was ich keine ahnung was hier mal gemacht worden ist für irgendwelche verfotzle hier also kabeln hier keine ahnung ach so was hier reingeht wird wahrscheinlich für die blinker sein hätte man aber auch schöner lösen können weiß ich jetzt auch nicht ich weiß auch nicht ob ich die blinker hier an der seite lassen soll ja wahrscheinlich werde ich mir sowieso hier eine andere brücke holen also hier oben die gabelbrücke eine andere holen und vielleicht sogar eine kleine lenker erhöhung also ich habe auf jeden fall schon so ein bisschen gedanken gemacht ja jetzt kommt natürlich hinzu dass ich jetzt sehe wie schlecht der lackzustand ist entweder weil die felgen echt gut aussehen auch mit dem blau ich weiß nicht was was sagt ihr sollte ich die in diesem blauton wieder original nach lackieren lassen weil ich gucke mir jetzt erstmal die verkleidung hinten an das ist alles schon sehr stark vermagte alles man ja man sieht das ist auch nach lackiert das ist glaube ich nicht original blau gewesen hier drunter ist rot ja da habe ich mir noch keine so richtigen gedanken drum gemacht wir können ja mal die sitzbank öffnen hier meine drohne mit sehr viel stoff das funktioniert wenigstens auch ja sitzbank ist natürlich da ist ein riss drin ja muss man dann auch neu beziehen lassen oder wieder was vielleicht lass ich auch gleich direkt irgendwie nach polstern oder so da wurde gott sei dank nicht rum geschnibbelt ja nur was ist denn ach so das sind widerstand also lastrelais ja ist halt wurde halt früher mal so gemacht ich gehe mal davon aus dass das schon sehr 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 lange so ist hier drunter sitze luftfilter da unten ist eine batterie von polo hier sogar noch werkzeug drin ja krass ja keine ahnung was da drin ist so ein kram halt weil ich gar nicht gedacht dass das so tief runter geht ja was es wohl gibt es gibt wohl noch eine etwas kürzere verkleidung für hinten jetzt nicht original aber so nachgebaut die gibt sogar hier auch in rheinberg bei einem der auch so motorrad teile vertreibt aber ich glaube ich versuche die ja was heißt originalgetreu aufzubauen originalgetreu in meinem style sagen wir mal so ich weiß nicht wer von euch schon mal jetzt er doch ich weiß einer von euch dazu guckte hatte mal eine zrx der patrick aus der von der nordsee und du müsstest jetzt erkennen was hier schon mal nicht stimmt was ich aber geil finde was nicht stimmt das ist nämlich ein viel viel breiter hinter reifen da ist nämlich eine felge vermutlich von einer zzr 1200 drauf die ist auch eingetragen mit der reifengröße genau da muss ich aber auch noch mal mit dem tüv prüfer quatschen weil da stehen natürlich reifen drin und die sind schon seit 15 jahren werden die nicht mehr produziert aber auch die reifen ja jetzt draußen sind das schon ziemlich ziemlich alt die gibt es auch jetzt nicht mehr ich glaube dass man einfach nur die marke dass es eine markenbindung wohl ist und natürlich dass man auf die größe achtet aber jetzt muss ich mal eben gucken da steht in irgendeine größe ja hier steht nämlich 180 55 17 in den papieren steht steht aber 185 da bin ich jetzt echt überfragt das ist jetzt komisch oder bei dem foto was ich bekommen habe irgendwie ist es schlecht ablesbar aber 185 habe ich halt vorher noch nicht gesehen deshalb von 180 ja weiß ich jetzt auch nicht genau was ich da machen soll oder weil ich da bestellen soll ich weiß nicht ob da überhaupt ein 185er reinpasst ich weiß dass es die gibt aber nur sehr selten würde hier aber nicht passen schon allein das kettenrad achte kettenschutz weiß nicht ob ihr das sehen könnt da passt ja fast gar nichts mehr zwischen also 185er würde da gar nicht reinpassen keine ahnung was da mal abgetippt wurde da muss ich mich schlau machen aber deswegen war die auf die papiere weil sonst hätte ich schon längst ein reifen bestellt ich hätte nämlich direkt alles auf einmal bestellt ölfilter luftfilter komplett ja so ein vergaser instandsetzungs kit also die üblichen sachen zündkerzen so damit die technisch auf jeden fall wieder fit ist soweit ja so dann kann ich euch auch schon mal direkt erklären wo ich wo meine reise so ein bisschen hingehen soll ich habe ja gesagt okay ich glaube da witten wieder ein starkes laber video von mir aber irgendwie habe ich da gerade bock drauf so das herzliche ding kommt auf jeden fall ab weiß nicht wenn von euch daran irgendwie jemand interesse hat ich weiß auch dass diese augen gerne in der street fighters hände irgendwie gebraucht werden oder so die haben ja sind mit zulassung der ganze scheiß ich will dieses hässliche teil nicht haben finde ich echt also also da gibt es deutlich schönere weiß noch nicht ob ich die halterung dann braucht ich möchte auf jeden fall ich baue die auf einer nackt um so wie sie ich blende mal ein foto ein ungefähr wie sie aussehen könnte und ja also ich hole mir dann auch ein ganz normales 7 zoll led scheinwerfer für vorne denn ich habe also ich bin jetzt ein paar mal mit der bmw gefahren im dunkeln das licht ist jetzt nicht scheiße aber wenn ich mit meiner harley fahr wo led ist also da sie ist alles und einfach viel geiler vorne kommt auf jeden fall led rein die sind jetzt ja auch nicht mehr so teuer blinker weiß ich noch nicht ob ich dann auch wieder lenker enden blinker rein macht weil jetzt wo ich hier sehe wie hässlich das hier mit dem kabel gemacht ist und so vielleicht kann man das irgendwie schöner verpacken mache ich mir noch gedanken drum ansonsten kommen halt hier auch led blinker dran genauso wie hinten es gibt ein last last unabhängiges relais für die blinker nicht mehr so ein scheiß hier was man halt früher gemacht hat und so dadurch dass hier gott sei dank zumindest was ich jetzt hier sehen kann so wenig verbastelt worden ist ja brauche ich da keine großartigen sorgen haben das ist schon auf jeden fall was positives bis auf diesen scheiß graben da ja ach das sind auch so diese typischen alten blinker von früher die hat ich glaube jetzt sogar mein vater auf seiner xjr street fighter ich meine die habe ich früher auch auf meiner zzr street fighter gab ich bin mir gar nicht sicher also sind so typische ja anfang 2000er blinker aber gut das ganze motor ist von anfang 2000 ich meine von 2001 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher egal ja was mir auf jeden fall gefällt breiter hinter reifen als original finde ich sehr gut finde ich ein bisschen männlicher ich bin ja auch ein bisschen stämmiger dann kann auch ein fetter reifen hinten sein alles was mir oben fehlt habe ich unten zu viel wenn der jetzt nicht gewesen wäre wäre natürlich auch gut gewesen sonst hat er glaube ich 160 oder 170 reifen das macht den braten jetzt auch nicht viel fetter aber das bisschen macht schon mal was her das frontschutz blech ist auch nicht original ich weiß nicht ob ich mir ein originales holen soll glaube ich dann einfach weiter verwende finde ich jetzt nicht so ultra hässlich oder so ich denke mal wenn alles einmal einheitlich lackiert sein sollte hier wurde auch schon mal was gesprüht dann ist das in ordnung ja die gabel bruch auf jeden fall service ich denke mal das kann man hier sehen ja die brauchen service ganze gabel sieb da raus also öl eventuell hole ich direkt neue wilbers federn für da drin und ja simmerringe der ganze scheiß das ist gar nicht so kompliziert das kriege ich auch selber hin ja ich denke mal direkt neue bremsbeläge vorne hinten also so klein kram aber da kommt dann auch der ein oder andere hunderter zusammen wenn man mal überlegt was kostet neue hinter reifen sagen wir mal da und 180 euro vorne der reifen der ist ja noch echt gut da hat ja sogar hier noch diese farblichen streifen drauf also der ist echt noch gute reifen vorne muss man gucken was von welcher serie ich meine dass auch ein bad lachs doch ein bt 14 auch ein bt 14 genauso wie hinten weiß nicht wenn es den hinten auch noch mal gibt als bt 14 hole ich den so nach ansonsten mal gucken vorausgesetzt dass mit dem tüff ist alles so konform weil in meinem papier entsteht nämlich was anderes drin ja werden wir sehen ansonsten motor muss halt gemacht werden auch optisch diese ganzen deckel ich weiß nicht was man sich dabei gedacht hat das einfach nur so ein bisschen abzuschleifen aber gut war halt irgendwie idee und diese meinen augen schief gelaufen immer gespannt was sagt ihr so zu dem bike und den ideen aber ich weiß auch schon genau welche spiegel drauf kommen die alten wilmer spiegel die werde ich mir wieder bestellen ich fand die geil weiß nicht die würden hier auch drauf passen die ich auch auf meiner z drauf hatte ich glaube ich habe amazon für paar taler bestellt jetzt kosten sie wahrscheinlich doppelt so viel aber ja was mir hier auffällt die flüssigkeit ist noch gar nicht so alt was ich aber schon gemerkt habe hier auf jeden fall wenn der motor aus ist ich an hatte ich ihn ja noch nicht also schalten hier ist also die kupplung macht nix jetzt sehe ich aber auch schon zum beispiel hier ist auch schon mal irgendwie was was nicht richtig sitzt natürlich ein bisschen doof aber ich glaube das sind alles so kleinigkeiten ja muss man sich alles mal in ruhe anschauen ich meine ich sehe der motor jetzt auch so richtig zum ersten mal genauso wie ihr ich habe es mir vorher wirklich nicht angeguckt das heißt jetzt gehen erst so richtig die gedanken los jetzt sehe ich erstmal so richtig was da am bach ist mit dem ding und ja ich gehe mal davon aus wenn vergaser gemacht worden ist neues öl drin neue zintkerzen luftfilter und der ganze kram dann wird die kiste auch laufen da vertraue ich denen schon auf jeden fall ich glaube nicht dass die mir da jetzt hier schrott angedreht haben zumal die jetzt auch keine unbekannten menschen hier in meiner umgebung sind und sollte da sollten die mir schrott angedreht haben wäre schon scheiße glaube ich aber nicht klar da ist jetzt viel arbeit aber ich glaube das kriege ich hin ich habe schon schlimmeres bewerkstelligt und dann sieht das teil nach am ende ich schätze mal irgendwann ende nächsten jahres vielleicht wieder in dem neuen glanz da und ich gehe mal davon aus das hält sich in grenzen das ist jetzt nicht so ein komplett aufbau wie die vn 15 wie die carry ja doch war das carry ich komme mit den ganzen motorrad namen durcheinander ist tut mir total da hat meine frau wird mir dafür jetzt auf den kopf hauen ja keine ahnung ich meine frau hat dem motor auch schon wieder namen gegeben hatte ich muss ich mach mal eben eine sprachnachricht was ich auf jeden fall gut finde ist das habe ich auf der anderen seite auch schon gesehen dass nicht über diese schrauben hier drüber lackiert wurde und dass die nicht ausgenudelt sind das finde ich schon mal gut das heißt wirklich im umkehrschluss klar sollte ich natürlich keinen anderen deckel finden versuche ich die so weit wie es geht hübsch zu machen und neu zu lackieren oder pulvern zu lassen oder wie auch immer genauso wie diese ja die fersenteile hier und ja all das kann man wieder herrichten ist auch gar nicht so kompliziert das alles zu machen es ist halt fleißarbeit ja der kümmer ist leider nicht verchromt schade vielleicht kriege ich den aber trotzdem mit never do oder irgendwie noch mal so halbwegs schön hin der sieht auch nicht so alt aus aber ich weiß noch nicht vielleicht bleibt der kümmer nicht oder bleibt er doch am anfang da bin ich mir alles noch so richtig unsicher am wichtigsten sind erstmal so die sachen die wirklich gemacht werden müssen im laufe nächsten jahres da werde ich dieses jahr großartig nicht mehr mit anfangen das höchste was ich dann mal macht das wird er natürlich dann auch sehen öl ablassen neues öl rein vergaser raus vielleicht sowas dass da soweit erst mal nichts mehr passieren kann gut was soll auch passieren höchstens läuft noch mehr benzin ins öl unten rein aber wenn es überhaupt so ist aber dass sie da ja eben schon sehr schwierig aus da unten aber ansonsten ja genau hinten kommt auch auf jeden fall ein led rücklicht also wie gesagt ich baue die original getreu auf nur mit lichttechnik der heutigen generation jetzt sehe ich hier da ist auch schon irgendwas mal ausgerissen ausgeschlagen klar das ist alles einmal ein bisschen arbeit hier sehe ich das jetzt nicht viel doch hier kann ich das sehen ist einfach noch nicht festgeschraubt ja das ist ja diese unterverkleidung über von unten sehen kann und da sind so ösen vom rahmen und da sind auch muttern eingeschweißt und das ist da nicht festgeschraubt das heißt nur die seitenverkleidung ab aber festmachen und dann hängt das ding wieder anständig ich habe schon gedacht da wäre was gebrochen da habe ich diesmal glück aber das kommt da eh ab das heißt da kommt ja eine neue unterverkleidung dran mit einem schönen kennzeichen halter und so weiter alles ein bisschen moderner und vernünftig aber trotzdem den charme dieses motorras möchte ich doch nicht verlieren oder sagen wir mal so möchte ich wieder herstellen so länger ich mir das ding angucken umso mehr sehe ich aber trotzdem ist es eine sehr sehr gute basis so es ist ein gutes projekt für euch ein sehr gutes youtube projekt ja ein super bike sozusagen hat man früher zumindest zu diesen teilen so gesagt ich sehe bremsflüssigkeit hinten und der behälter das ist klar das heißt es ist nicht nur ramshir was hier passiert wurde das habe ich ja eben auch schon hier vorne gesehen dass die ist halt klar das heißt dies keine 20 jahre alt das wurde halt schon mal gewartet und so wie die mir gesagt haben haben die doch mehr oder weniger regelmäßig auch hier nach kawasaki nach rheinberg gebracht und jetzt haben die ideen wohl gesagt dem vorbesitzer hier du das macht irgendwie keinen sinn man steckt da 3400 euro rein klar wenn man es bei der werkstatt macht dann wird das alles richtig teuer und richtig viel geld wenn man es einmal anständig haben will für so ein wie mich ist das ein gefundenes fressen was habe ich denn für ein quatsch schon wieder erzählt hier naja egal ich glaube das wird ein schönes bike das heißt ja aktuell ja mal wieder drei motorräder über die farbe bin ich mir noch komplett unschlüssig ich habe absolut keine ahnung wenn ich den lack satz irgendwie jetzt anders lackieren sollte dann muss ich die felgen ja auch anders lackieren und die felgen sind echt in einem guten zustand klar bis auf den dreck jetzt aber ansonsten ich weiß es auch noch nicht aber wie gesagt soweit sind wir ja noch sehr 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 lange nicht dass wir doch dieses jahr auch gar nicht mehr thema werden aber ansonsten bis auf die ganzen marken und wenn man den preis so gut ihr wisst den preis nicht aber was soll ich sagen auch hier da kann man am wochenende mehr versaufen an kohle als das was ich jetzt dafür bezahlt habe es liegt sich in der anschaffungskosten so ungefähr wie die vn 15 damals nur dass hier alles da ist ich muss keine verkleidungen kaufen ich muss keine elektrik kaufen das ist alles da ich muss halt einfach nur instand setzen so das heißt das ding wird auf jeden fall viel 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 günstiger werden als meine vn damals und die war schon echt nicht teuer da hatte ich auch richtig glück ich glaube die teuerste anschaffung hier was könnte hier die teuerste anschaffung sein es wird der neue hinterrad also das wird das hinterrad sein der reifen und die lampe vorne ansonsten hat man ja hier nur verschleiß und fleiß und arbeit was man reinstecken muss außer natürlich ja klar lack jetzt aber lassen wir den lack jetzt mal außen vor vielleicht lackiere ich ja auch wieder selber ich habe damals meine intruder auch selber lackiert in schwarz seiden matt und das sah richtig richtig geil aus und mal gucken vielleicht versuche ich mir auch mir wieder selber zuzutrauen oder so aber ich möchte schon dadurch anständig wird keine ahnung irgendwie bin ich jetzt auch ein bisschen älter geworden möchte die dinge auch anständiger haben als sonst aber ihr kennt mich ich suche immer irgendwo eine lösung wo man geld sparen kann nicht dass ich sparen müsste sondern weil ich will ich will ja auch zeigen dass sonne aktuelle ja ich glaube ich glaube 80 oder 90 prozent der anderen motorradfahrer würden sagen was kaufst du da für eine schrottkiste was hast du da angetan und ja aber ich will euch ja zeigen dass es geht dass man auch in der garage mit relativ wenig mitteln wenn man ein bisschen noch hoch hat oder selbst wenn man es nicht hat man eignet sich das an mit werkstatt handbüchern und so weiter und so fort wenn man sich einfach nur traut ist es möglich so ein bike auch wieder auf die straße zu bringen und das auch ansehen nicht auf die straße bringen klar es ist kein fabrik neues bike dann oder ich bin auch kein customer ich bin kein lackierer ich bin kein sonst ich bin absolut kein profi alles was ich hier mache ich mir irgendwo selbst beigebracht was ich nicht kann versuche ich mir beizubringen und wenn es dann immer noch in die hose geht dann kann ich das teil was ich nicht kann immer noch weg bringen da habe ich keine probleme mit aber ich versuche es halt immer selber leute ich habe schon wieder sabbelwasser gesoffen dabei habe ich gar nichts zu trinken aber ja es ist einfach zu heiß ich glaube ich bin hier in der grünen sahara wieso bin ich da sind so komische bären kann man die essen ich weiß das nicht es gab da mal so werden die man essen konnte aber die sind es nicht egal ich freue mich auf das projekt und zwischenzeitlich weiß ich auch den namen abigail die zrx wurde auf den namen abigail getauft und ja ihr seid live dabei was heißt live dabei ihr seid auf jeden fall dabei wenn die videos die videoreihe damit losgeht vielleicht kommt dieses jahr schon das ein oder andere video wie gesagt es werden keine großen umbauaktionen sondern es wird wie gesagt vergaser raus öl ablassen diese sachen eventuell werden weil sie dieses jahr schon zum laufen bringen dass ich weiß der motor ist in ordnung ich kann auch nicht sagen wie viel runter hat wie gesagt ich habe keine papiere ich habe keine tüv bescheinigung ich habe nur das was hier auf dem tacho steht da steht jetzt 12.226 ich gehe mal davon aus dass davor noch eine 1 gehört oder das tacho ist nicht mehr original ich keine ahnung das war einfach auf vertrauensbasis gekauft ja und einfach weil der junge auch gesagt hat er hätte gern oder die hätten gerne der motor und gute hände kommt ja gut also d also also da muss ich schon ein bisschen drüber lachen so tut mir leid ich will doch nicht schlecht machen jetzt aber wenn man mir so sagt ich wir wollen oder er will der biken gute hände kommt und bei mir hat er ein gutes gefühl und dann sehe ich mal in welchem zustand hat hier alles ist gut wer der teil im guten zustand hätte man dafür drei vier scheine nehmen können also davon mal ab aber trotzdem gut es ist wahrscheinlich der emotionale wert gerade auch für den jungen der auch ein faible für motorräder hat und auf jeden fall grüße gehen da raus schön dass er da an mich gedacht hast und bringen mir die papiere falls ich die nicht schon habe jetzt wenn das video rausgekommen ist denn das mit dem hinterrad das muss geklärt werden und das will ich jetzt bald geklärt haben das ist so eine sache die ist bei mir eine schwebe und ohne die richtigen papiere keine ahnung ich bin nämlich kein düftmensch ich will das alles safe haben für den rest gut da kriege ich alles so hin aber das muss jetzt gemacht werden wenn ich pech habe ja keine ahnung auf jeden fall ich weiß da die felge eingetragen ist das habe ich auf der kopie gesehen aber das foto von der kopie war auch wieder wie aus dem letzten weltkrieg also man konnte nur so raus erahnen was da ungefähr steht und ich meine da stand eine reifengröße reifenbreite von 185 jetzt sehe ich da der reifen ist ein 180er super wäre natürlich besser wenn das ein 180er wäre auch in den papieren weil das günstiger als der 185er ist natürlich ein geläufiger reifen wenn man sehen ihr seid auf jeden fall dabei wenn ich anfangen den schinken ja was heißt auseinanderzunehmen aber so schon mal die ersten kleinigkeiten machen werde oder wenn ich mir schon was neues dafür gekauft habe oder so ja ich also ich habe es auf jeden fall vor 7 zoll scheinwerfer vorne led neue led blinker ich weiß nicht ob sie hierhin kommen oder ganz normal hier wie sie dann sonst original wären genauso wie hinten schöne leds und auch ein schwarzes led rücklicht damit hätten wir das ganze die wilmer spiegel kommen dran die lenker stange wird auf jeden fall schwarz werden entweder hole ich mir neuen weil die sind echt nicht mehr teuer oder ich schleife den lackieren mal gucken mal sehen was wir sonst noch so auf mich zukommt ich weiß dass diese gehäuse weil ich glaube auf der anderen seite ja war das nämlich auch ordentlich verkratzt entweder mache ich mir wirklich die arbeit schleift das spachtel das und lackier das schön schwarz matt das bleibt dann chrom diese kontraste gibt auch schon bei neuen retro bikes oder kommen dieses scheiß gehäuse einfach neu kriegt man ja schon bei wish mittlerweile bestellt oder sonst wo keine ahnung ja weiß ich halt alles noch nicht das sind halt alles so kleinigkeiten das holt man sich dann mal nebenbei wenn man mal zufällig irgendwie zeit hatte und ja ihr wisst was ich meine ach man sieht er kennt sich damit aus wie gesagt ich glaube grundsätzlich wenn es nur darum gehen würde die einfach jetzt für den tüff fertig zu machen wäre das glaube ich eine schnelle nummer neue reifen und all das selbst mit den scheinwerfern wird man über den tüff kommen weil die haben zulassungen alles drum und dran aussehen spielt ja dabei keine rolle ja aber das will ich ja so nicht möchte ja schon dass das ding anständig ist möchte dass das auch ein gutes projekt wird wo ich mich am ende dann auch freuen kann wenn ich sag boah geil weiß ich nicht lachsat sieht gut aus schön lackiert neue reifen sind drauf der motor springt super an vielleicht einen schönen auspuff schon drunter so diese dass ich die gröbsten sachen schon durch habe dass ich dann damit dann zum tüff gehen kann wenn das bike schon echt wieder gut aussieht und ich versuche mir ich bin selber nämlich immer sehr sehr wie soll ich sagen ungeduldig eigentlich aber ich habe ja zwei fahrbare motorräder deswegen habe ich mit dem teil ja eigentlich keine eile muss ich mal schauen was mir auch gerade einfällt was ich eigentlich den christian aus leipzig mitgeben wollte das hat aber gar nicht mitgenommen ich habe für meine z damals diese linke armatur einmal von einer er 6 gekauft auch von kawasaki die hat nämlich waren blinkanlage noch dran aber die hat glaube ich kein schock zuge ich brauche ja hier auf jeden fall mit schock oder funktioniert sogar ja gut muss ich mal gucken ob ich das dann irgendwie daran gebastelt bekommen aber brauche ich da jetzt eine waren anlage waren blickanlage ich glaube nicht in dem sinne ich habe mir den mund fußlich geredet so viel habe ich glaube ich schon die letzten fünf tage nicht geredet ja haut rein wir sehen uns im nächsten video ich werde mich jetzt wieder hier neben dem maisfeld mit dem ding richtung zu hause begeben die weiß ich nicht ein kilometer oder wie weit das hier ist und dann gehe ich duschen ja leute was habt ihr vielleicht habt ihr auch ideen vielleicht hat sie dir auch mal jetzt zrx was habt ihr damals daran verbaut oder würde mich mal interessieren habt ihr vielleicht ideen als farbe oder so ich will mich auch so ein bisschen inspirieren lassen so das ist ja kein projekt was ich jetzt unbedingt in einer woche fertig haben will wie gesagt das wird locker ein jahr dauern vielleicht sogar ein bisschen länger als ein jahr mal schauen weil das mache ich alles so nebenbei so peu a peu und soll halt auch anständig werden und ja vielleicht kann ich mich ja von euch so ein bisschen inspirieren lassen ihr wisst in welche richtung ich möchte ist ja stil mäßig gar nicht so groß verändert dann sitzbank weiß ich auch gar nicht hier da der schinken hier das muss auf jeden fall neu gemacht werden ja muss man dann halt gucken und welchem lack kleidig der motorrad mache oder mache ich die auch wieder in irgendein original ton wie sie früher mal gewesen ist weil ich glaube das blau ist einfach nicht original die wird mal nach lackiert worden sein ja aber wenn wir sehen wir werden sehen weil das kann man nämlich hier sehen ich hab's auf den was da sehen dass man sich gucken auf der kamera wo das sehen könnte da ist da schimmert es rot durch das viel drunter war es rot kann aber auch natürlich sein dass zum beispiel nur die heckverkleidung mal neu gekommen ist und im originalen blauton falls es den mal gab nach lackiert worden ist aber ich sehe hier auch die war mal rot das war rot das war rot gut dann müssen wir mal schauen mich von dem blau vielleicht verabschieden will muss aber irgendwie fände ich so ein blaues so blau metallic oder vielleicht so blau mit richtig geilen metal flakes drin vielleicht hilft mir ja brab kalan und das hast du bock nächstes jahr die scheiße dazu lackieren zumindest blau oder mit flakes drauf oder so die vor lackierung könnte ich ja vielleicht selber machen mal gucken ich glaube da muss ich mal mit dem kuscheln da sehe ich auch gerade das sieht schon traurig aus hier guck mal wie das klar von dem awasaki so aber dass das sieht aus wie weiß auch nicht so der darf nicht mehr zum rest der familie gehören oh mein gott ich weiß ich schon wieder sachen hier wie sie es auf der anderen seite aus ähnlich beknackt wir sehen uns jetzt jetzt mache ich aber schluss sehe ich habe genug gelabert wir sehen uns im nächsten video haut rein haut mal schön in die kommentare was was euch dazu einfällt zu diesem haufen hier und ja es ist auf jeden fall keine schlechte basis die basis wirklich gut sofern der motor dreht und nicht kaputt ist ja das ist halt immer das ding wenn der motor dreht dann was der rest auch haut rein